Freunde, langsam reicht's mir. Ich will hier nicht mehr in dieser Schule sein. Ja, willkommen zurück zu Little Nightmares 2, Folge 4 mittlerweile, glaube ich. Oder 5? Ich weiß es nicht. Ich glaube 4. Und wir müssen hier diese... Drecksballen jetzt hier. Ah! Auch mit der Suppenkelle treffen. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein kleines Schachrätsel. Und die Lehrerin. Der absolute Horror. Ich glaube, es ist Folge 4. Ah! Ey, der bleibt genau vor mir stehen. Was soll denn das? Der ist auch immer wunderbar, dass ich jede Folge mit so einem nervigen Kampf beginne. Wie machen wir das jetzt? Der wartet halt genau davor. Kann da hochklettern. Kann ich da hochklettern. Kann in den Backofen rein. Kriegt mir nix. Kann da auch nix machen. Warte mal, vielleicht haben die Angst, wenn ich den rüberwerfe. Hä? Oh. Ah! Hey! Ich will auch was essen. Was soll denn das? Hey, Halle! Ich geh zu der Frau Schmitz. Mh, lecker, lecker. Ja, ja, ja. Mal gucken Sie denn, so haben Sie mich noch nie gesehen. Nee, 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 nee. So. Undercover-Boss. Undercover-Ober-Boss. Und dann ist meine Maske weg. Und dann ist meine Maske weg. Wieder Bilder von Gnomen. Oh, 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 oh. Der hat sie mal lieber wie der das an. Mal sind hier diese Gläser. Aber ich glaub, die muss ich nicht kaputt machen. Ich hab das Gefühl, gleich kommt die Lehrerin wieder. Warte mal, da unten war da auch irgendwas In der Essenskammer Ganz langsam, Mann, ich bin die ganze Zeit so alleine Könntest du es runterwerfen? Nee, kann ich nicht Hör Ah Ab Gehen überall diese Gläser, weg damit Weg Was ist das denn? Wir hören Gehen wir wieder ganz langsam runter Ich glaube nicht Lieber den ganzen Weg wieder schön säuberlich zurück Ne, 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 ne wir links mal ganz schnell wieder hin. Was macht die denn in... Koch kurz hier. Gießt, was? Was ist das denn? Äh! Nein, die Blumenkohlmenschen. Äh, die Brokkolimenschen. Aus, aus. Donkey Kong Country 3. Sehe ich da oben? Irgendwas ist da irgendwie. Kauen Sie mal ab, bitte. Na, was gucken Sie denn? Weißt du, die hat ein Messer dabei. Ich glaube, die kommt gleich wieder. Ich glaube, das kommt auch nicht. Hallo? Ich weiß schon. Sag mal, noch einen Koch hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Ach, das ist der Biologieunterricht hier. Gleich fällt irgendwo was runter. Wer ist denn von uns? Was ist da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Hier. Oh, oh. Nein, ich muss hier aber nicht. Wie komme ich da hoch überhaupt? Muss ich mal gucken. Oh Gott, das ist ein Riesenweg. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss hier was umwerfen. Damit die dann... Ach, der nicht die Tür zu. Aller, ich will da raus. Ich komme doch nicht mehr raus. Der macht die Tür nicht mehr richtig offen. Ich bin kein Dosenfutter. Ah. Geh langsam. Das ist wirklich die schlimmste Person. Gehen Sie nach. Alter, wie schnell ist sie denn? Jetzt nicht hier rein, komm nicht hier rein, du haust ganz schnell ab, oh Gott, okay, die hört einen doch nicht, weißt du Halunke, oder geht's da auch lang, ich glaube nicht, jetzt gleich endlich mal aus dieser Schule raus. Was ist so toll? Ich hab gegen den Eimer geschlagen. Wo schlägt der denn hin? Dieser Primatenschmack, der schlägt überall hin, außer da, wo er hin soll. Ende im Aprikosen, Mann. Da ist gleich noch einer. Oh Gott. Oh, was ist das? Wehe, die Lehrerin kommt gleich auch noch. Warte, mach das Ding auf. Geht nicht auf. Nichts, ich sehe dich. Nichts. Du blickst einmal falsch, dann bist du tot. Warum denn schon wieder so früh? Ich stand zwei Zentimeter vor ihm. Dieser Hammer prallt irgendwie an dem ab. Ach, ich kann auch schneller laufen. Das sagt mir das doch mal einer. Ey, ganz ehrlich. Du siehst doch das... Ja, da musst du ganz genau gucken. Aber es ist noch nicht vorbei, sonst würde der Hammer da nicht liegen. Was ist das? Ey! Jetzt reicht's, aber jetzt reicht's. Es ist gut. Es ist gut. Wie spinnst der Dosenmann? So, aber diese Lehrerin lebt immer noch. Die kann man hier nicht alleine lassen. Oder halt doch. Wobei, ich glaube, die kommt wieder. Das bricht ein. Soll das einbrechen? Geh mal weg da. Was ist das? Klavier nach oben. Okay, komm mal her. Du drehst das Ganze. Her. Ich dreh das Ganze. Oh. Gibt es hier wieder ein Achievement für? Ach nee, wir sind auf der Switch. Gibt es keine. Doch. Es hat doch gerade gespeichert, oder? Aha. Ach, da ist hier absolut gar nichts, ne? Komm her. Da hinten? Oder was haben wir da? Ah, schon wieder Schlüssel. Ich will hier raus, bitte. Was ist denn da hinten? Was ist denn da auf den Bildern? Ey. Wer bist du denn? Hallo. Ich dachte, das wäre ein normales Kind. Ey, kann ich hier nicht mal meine Dose so werfen, einfach? Ey. Dann stell dich doch mal richtig da hin. Ey, wo läufst du? Ey, wo läufst du? Da liegt zwar was, aber... Ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme da nicht mehr hoch. Hallo? Sehr gut. Soll ich das Teil mal mitnehmen? Weiß es nicht. Tür auf. Ich will doch einfach nur hier... Das Schloss kommt angeflogen. Ich will doch einfach nur hier raus, bitte. Ey, wo gehst du denn da hin? Dum, 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 dum. Nomm! Nomm! Musik spielen kann sie also auch noch, Mensch! Wenn es die Lehrerin ist, ich glaube es nochmal. Gehen sie schön weiter. Komm, komm. Guck mal. Guck mal. Da, hinterher. Ich will endlich aus dieser verdammten Schule raus. Selbst wenn ich Musik machen muss, ist es mir scheißegal. Ich will hier raus. Da komme ich nicht lang, ne? Ja. Ja. Ey, was ist das? Räuberleiter, dachte ich. Was soll ich denn hier tun? Der hilft mir nicht. Ach, jetzt auf einmal. Ah, jetzt kommt... Nein, nein, halt, halt, halt. Der soll schon mitkommen. Back. Gehen sie doch weiter. Der ist doch toll. Ich bin hier ganz alleine. Alles klar, das ist jetzt wie beim Hausie. Hausie. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Ey, warum steht die jetzt da oben? Geduld. Am Ende fällt das Klavier auf sie drauf oder so. Der. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Komm ich nicht wieder auf? Ich habe jetzt gerade die Tasten geholen. Nein, ich muss das Ding da her schleppen. Warte noch mal ein bisschen. Gott sei Dank dreht es sich nicht um. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Halt dich fest. Gleich ist dein Ende gekommen. Hä? Ach doch nicht. Ach so, ich dachte, da fällt auch die drauf jetzt. Scheiße, geh rein. Hau! Scheide! Oh oh! Das ist ja wie in... Hallo! Willi in diesem Hexen-Hexen-Remaker. Oh! Nein! Die lebt immer noch. Ich bin hier raus. Aber sofort. Ja und der Vollidiot kommt natürlich nicht da raus. Kann ich jetzt endlich gehen? Ja, kann ich gehen. Das ist die Straße hier, ey. In zwei Teile. Das sieht man jetzt in den Signalturm. Okay. Aber Freunde, ich würde dann sagen, hier geht es dann beim nächsten Mal für uns weiter. Da regnet es. Und ich würde sagen, wir sehen es dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn ihr keine weiteren Little Nightmares 2 Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich auch kostenlos über... Äh... Ja. Würde ich mich auch freuen über einen kostenlosen Abo. Seid gespannt auf die kommenden Folgen von Little Nightmares 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Halt rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.